Jürgen Lang, Massagepraxis hier in Darmstadt, Schmerztherapeut, Ernährungsberatung und nebenbei auch noch Therapeut für den Bereich Magnetfeldresonanztherapie. Wie viele Jahre sind Sie schon im Geschäft? Im Geschäft bin ich schon über 25 Jahre und im Geschäft von Magnetfeldtherapie bin ich jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren und seit dem vorigen Jahr, im Januar, bin ich jetzt bei Meditera und mit großem Erfolg bei meinen Kunden. Ja. Warum muss ich die Frage stellen, Meditera, wenn doch vorher viele andere, die auf dem Markt sind, schon praktisch auch in ihrer Praxis zu sehen, zu bedienen waren und letztendlich, dass sie auch damit gearbeitet haben? Das Meditera-System ist ganz einfach von der Wirkung her einfach besser, vom Signal her besser und ist auch von den Einstellungen der einzelnen Systeme, der einzelnen Zeiten und so weiter einfach besser und einfacher und zielgerichter. Was behandeln Sie in Ihrer Praxis, speziell mit welchen Programmen oder frage ich mal weiter, die Patienten, die bei Ihnen zur Massage kommen, werden die auch gleichzeitig mit dem Magnetfeldsystem behandelt? Ich habe Sportler, die ich massiere, wo ich Sportmassage mache und mache immer mal den Test bei dem einen oder anderen Sportler und schalte das Magnetfeldsystem ein. Und es dauert nicht lange und da kommt ein Feedback von dem jungen Mann und sagt, heute ist was anderes, heute ist etwas da, wo ich noch nicht kenne. Das ist das Gefühl, dass das Signal auf den Körper, das da ausgestrahlt wird, sofort bei dem Sportler ankommt. Und da habe ich festgestellt, dass ich speziell bei Sportlern das gemeinsam mache, dass ich Magnetfeldtherapie mache und die Massagen. Somit haben wir einen Prozess, der sich dadurch verstärkt und viel besser bei den Sportlern wirkt. Nun weiß ich ja, dass Sie auch ein Vertriebspartner von Kreation direkt aus Idar-Oberstein sind. Jetzt mal meine Frage, Idar-Oberstein, nicht nur bekannt in dem Fall durch die Edelsteine, sondern auch durch Kreation jetzt im Bereich Nahrungsergänzung. Welche Nahrungsergänzungsprodukte passen denn besonders gut zur Magnetfeldresonanztherapie? Die Nahrungsergänzungsprodukte passen dann hervorragend dazu, sind einmal die Omega-3-Fettsäuren, die weitaus stärker und besser im Körper wirken. Die Zellen nehmen das viel besser auf. Dann ist noch ein weiteres Produkt, das Burma Blacks. Das ist ein hervorragendes Produkt, wo auch speziell für das Magnetfeldsystem aufgebaut ist, wo dann sehr stark angenommen wird vom Körper. Genauso ist es auch der Aloe Vera Saft. Jetzt hört man immer wieder Entsäuerung des Körpers. Ein wichtiger Punkt, dass Säure-Basen-Haushalt in seinem Gleichgewicht befindlich ist, weil hieraus resultieren, wenn zu viel Säure im Körper ist, Arthritis, Arthrose, Osteoporose, diese ganzen rheumatischen Formenkreiserkrankungen. Was gibt es da oder was machen Sie in dem Fall? Na gut, für den Säure-Basen-Haushalt habe ich spezielle Behandlungen. Unter anderem setze ich da auch das Magnetfeld ein. Aber auch habe ich dann das Saugkopfsystem, habe ganz spezielle Massagen, die entschlacken, entgiften über die Haut. Durch aber vorherige Einnahmen von einem Tee und so weiter, dass man stark schwitzt, um das Ganze über die Haut auszuschalten. Das heißt, man kann eigentlich sagen, ein Magnetfeldresonanzsystem ist für sich alleine stehend, aber auch in dem modularen Einsatz mit anderen Produkten. In dem Fall sprachen wir jetzt über die Nahrungsergänzungsprodukte. Richtig, genau das kann man so sagen. Denn alleine, das Magnetfeldsystem alleine hat seine Wirkung, die Nahrungsergänzungen alleine haben seine Wirkung. Aber im Einklang zusammen ist es ein unschlagbares Phänomen, wo man sagen kann, jawohl, das ist es. Sehen Sie das Magnetfeldresonanzsystem in der Zukunft noch wesentlich stärker beheimatet, als es momentan schon ist? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Denn wir haben jetzt zur Zeit in unserem Umfeld, sage ich einmal, noch relativ wenig, wo die Leute davon wissen, es muss einfach noch stärker an die Menschheit gebracht werden. Denn das Magnetfeldsystem, das Magnetfeldresonanzsystem, das Ganze, was wir speziell von Meditärer haben, das ist so gut und so stark. Das ist einfach ein Segen für die Menschheit und das sollte man noch stärker nach draußen bringen. Das, was wir jetzt gerade miteinander gemacht haben, unser Interview soll dazu dienen, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen praktisch nahe zu bringen, das einmal auszuprobieren. Danke für das Interview Jürgen Lang und weiterhin alles Liebe, alles Gute und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Danke. 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 Danke.